Hallo und herzlich willkommen zurück zu GeForce Agenten mit Biss. Ernsthaft? Wir sehen zu, wie Müll transportiert wird? Warte, Hörli. Hä? Achso, das ist schon offen. Nein, bitte nicht. Das ist, äh, ungeil. Wenn ich ganz ehrlich bin... Ähm, Moment. Benutzen. Okay. Inaktive Saverling Haushaltsgeräte entdeckt. Inaktive? Warten sind die rot. Okay. Ich dachte, die halten jetzt ex-Orbiton viel aus. Oh. Das sind Bewegungssensoren. Aua! Okay, cool. Ich, ähm... Aua! Ey, die explodieren ja! Okay. Warum explodieren die? Ich laufe jetzt mal ganz bewusst durch die Sensoren. Okay, Nahkampf ist da nicht so angebracht. Ich verstehe. Gut. Inaktive Saverling Haushaltsgeräte entdeckt. Ja, verstehe ich nicht. Gut. Warum ist da auch ne Plattform? Irgendwas finde ich hier gerade sehr suspekt. Wenn ich ehrlich bin. Muss ich den benutzen? Ähm. Kann ich nicht. Aha. Sieh nicht. Warte. Das, das ist, das ist possible. I think this is possible. Wait. Ich steig mal ganz kurz auf den AO10-Monitor. Ich weiß, den, den, den hab ich letztens erst gemacht. Ich weiß, ich weiß. Okay. So, das ist possible. Gut. Und jetzt? Nein. Nein. Der Sprung war so hässlich. Ich weiß nicht. Das ist... Das ist... okay.... Aber, wo, 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 wo. Wo. Gesundheits-Upgrade für Mooch. Okay. Yeah, okay, gut. Ich dachte jetzt... Ich weiß, ich weiß. Denken wir es nicht müssen. Hallo? Danke. Terminal geschlossen. Verstehe ich nicht. Wie geschlossen? Ah. Nice. Okay. What now? Bringt das... Die gehen dann aus. Okay. Schön. Was ist das? Wandlautsprecher. Wo bin ich denn? Ey, Kollege, bleib hier. Der verpisst dich einfach. Okay. Kann man mal machen. Warte, Hörling. War ich doch gerade drin? Ach, da oben ist ein Hübscher. Nein. Nein, ich... Ich will hier raus. Ich will hier raus. Wait. Sorry. I didn't see it. I have didn't see it. Meine Englische. Da wird mich umbringen. Ähm. Warte. Ich will hier raus. I don't see it. Okay. Ich will hier raus. Ich will hier raus. What I believe. Ja. This doesn't work. Kann ich da werden? Ich glaube nicht. Nee. Doesn't work. Okay. Naja, noch, noch geht... Hallo? Noch gehen uns ja die Wege nicht aus, ne? Und hier sind wir gekommen. Ja, wir sind gekommen. Kontrollpunkt. Doch, sobald da essen sie. So. Warum riecht sie so nach Feuchttüchern? Riecht, jetzt wird irgendwer gewickelt. So Babyfeuchttücher. Und nein, ich war nicht kacke. Ich wollte doch nicht kacke. Alter, was ist das denn hier für eine... ...Kettenanomalie? Ich kann mich nicht bewegen. Hey, das finde ich jetzt aber nicht lustig. Alter! Klingt echt wie Druiden aus Star Wars. Ey, die schützen sich alle gegenseitig. Was ist denn los mit euch, Alter? Komm jetzt her! Ah, guck mal, bei dir fängt's an. Anziehen? Wieso? Kostanack? Das ist ein Meerschwein hier. Der noch will. So, hätten wir das. Chips, geil. Was ist das? Schlüsselkarte. Okay. Fallen lassen. Gut. Bleibt das Ding jetzt auch da oder verschwindet das gleich wieder? Okay, noch ist es an seinem Platz. Vielleicht, solange ich in der Nähe bin. Ich könnte schwören, das hat sich letztens wieder verselbstständigt. Also, man hat jetzt nicht gesehen, wie das Ding aufgezogen ist und zu seinem Ursprungsort zurückgekehrt ist, aber es ist halt gedespawnt. Kleines Gesundheitspaket. Warte mal, welcher sagt, das Lied schützt denn jetzt hier wen? Okay. Achso. Gut. Da oben irgendwas? Scheint mir nicht so. Ach, dein Ernst, Darwin? Ich wollte den hier machen. Voll im Moment zerstört. Okay. Gut. Aha. Okay, zwei Schüsse sind mit der Plasma-Waffe einer. Hätte ich doch fest, Kollege. Der hält sich nicht fest. Ja, okay. Muss ich mitlegen. Gut. Jetzt haben wir hier einen freien Durchgang. Oh, hier waren wir schon mal. Was? Okay. Ja, ich, ähm... Ah. Schlüssel-Karte. Verstehe ich nicht. Ach, die muss ich da reinwerfen, ne? Also, ob er die Treppen nicht runterrennen kann. Äh. Äh. Wow. Diese... Diese Physik, ne? Ist... Okay. Okay. Die Tür ist versperrt. Ich brauche einen anderen Weg hinein. Und zwar schnell. Verstanden. Scanne alternative Zugangsmöglichkeiten. Bislang Fehlanzeige. Halt durch, Hurley. Wenn es einen Weg reingibt, wird Darwin ihn finden. Warte, ich sehe einen Kontrollraum auf der oberen Ebene. Vielleicht kannst du die Tür von dort öffnen. Okay. Okay, ich bin nur immer wieder aufs Neue verwundert. Ja, ja. Nein, 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 nein. Es sind ja zwei. Alter. Du Mistsaus. Jo, Alter, was ist jetzt los? Ich gehöre einfach zum Action-RPG. Innerhalb von Sekunden. Boom. Motherfucker. Nice. Aber wo kam der andere her? Ich meine, da soll mir recht sein, ne? Und dann gibt es meine Chips kriege. Ah, oh. So, bitte. Okay. Okay. Ich soll mir da so eine Art Lift bauen, ne? Reden wir mal nur in der Sperrung. Okay. Ich muss gleich gucken, was es damit auf sich hat. Ich bin aktuell noch verwirrt. Ich bin so gut, das wird sie auch nicht ändern. Nein, 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 nein. So haben wir nicht gewendet. Gehe jetzt zum Kontrollraum. Aha, das wollte ich wissen. Dankeschön. Das heißt, ich muss von rechts aus nach oben. Ich kann hier aber spüren. Das ist ein bisschen sehr schnell. Wenn ich da einen hin platziere. Warum kann ich hier drin nicht springen? Weil das ist anstrengend. Der ist eigentlich ganz gut so, wie er da jetzt aktuell ist. Aber wahrscheinlich wird das von der Reichweite nicht. Weiß ich nicht. Mal gucken. Ich mache mir mal die Arbeit und und justiere den. Der hat aber drinnen ja schon zwei. Aber theoretisch würden da auch zwei erreichen, oder? Ich meine, komm. Weißt du, weißt du, falls es jetzt nur so aussieht, ich gehe hier mal ein bisschen runter. Nicht krass viel, aber nur so ein Stückchen. Weil ich will nicht, dass da irgendwas nicht geht. Das hat schon mal funktioniert. Das nicht. Okay. Warte. Nein! Moment. Moment. Das kriegen wir hin. Wer ist halt ein Darwin? Proje? Tut mir leid. Ich kann da nix für. Das ist wie die Schwärmerproduktion im Hoden. Aua. Das passiert einfach. Das fand ich jetzt nicht so nice. Muss ich die jetzt wieder von neu einstellen? Dürfte ich fragen, was überhaupt passiert ist? Ich meine, was war denn da? War da ein Laser? War da... Ich war ja instant tot. Hatte ich so wenig Energie? Also... Oh, look. Konzentration. Die Strömung ist aber echt geil, ne? Ich meine, gut für ein 3D-Game. Muss ich zuge... Ich bin einfach ganz so ein Hübscher. Okay, dann. Okay, dann. Okay, dann. Okay, dann. Okay, dann. Moment. Nein, da. Keine Ahnung, was da rum ist. Ich weiß. Nein. Moment. Ich bin nicht gewettet. Nein, ich will... Als ob die Fliege da nicht rein kann. Also Mut. Okay. Irgendwann. Dieses Peitschgeräusch, ne? Oh, Gott. Das ist schon ein bisschen... sadistisch, ne? Ah, okay. Ich höre was. Das Peitschgeräusch ist schon... ...nummer für sich. So, Mutstransmitter. Okay, gut. Ach, der ist unter uns. Unter uns. Natürlich. Komm ich da irgendwie hoch? Scheint nicht so. Aber warte, von dort aus aber. Ja, komm. Rein da! Was? 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 Ja, Svenja! Ach so. Nein, ich will die Kamera nicht. Das ist was für ein Mensch. Som, som. Bibige, som, som. Som, som. Okay. Er kommt nicht durch den Wind. Was? Ich gebe mein Passwort ein. Ne, keine Ahnung. Keine Ahnung. Was? Was ist hier Phase? Scheint mir eher ein Bereich für... ...für Darwin zu sein. Aber er kommt halt nicht durch den Ventilator. Da steht fest. Wieso? Auge! Alter! Okay. Gut. Ich habe verstanden. Ähm. Ist das jetzt... Ist das jetzt... Warte mal, ich muss mir aber... Gibt es das an den männlichen Brustkratzen? Äh, ist das jetzt nur ein Secret? Ist das jetzt... Ne, der Raum scheint mir schon irgendwie relevant zu sein. Wie kommen da alle raus? Aber da komme ich ja nicht hin. Doch. Wait. Alter. 150 Chips und ein Extrasion. Nice. Und ich bin in irgendeinem Raum. Aha. This room. Ach so. Ja, nee. Nee, nee, nee. Warte mal. Hier sind ja noch Sachen, ne? Aua. Äh, hallo. Ich bin noch nicht... Sag mal. Ich glaube, es geht los. Ich fresse mich doch weiter. Ich wusste gar nicht, dass ich so körperlich anziehend bin. Ich glaube, ich habe den wirklich noch mal gefunden. Warte mal. Ach so. Entschuldigung. Ich stecke ganz kurz auf den Schlauch. Wo ist denn die Tür? Ein Zuckerschleck. Ficken. Oh, ihr Mistfick... Alter. Oh, ihr verfickten Mistviecher. Ganz ehrlich, ne? Nur wegen euch hässlichen kleinen Rappen habe ich das jetzt nicht geschafft. Wo kommen die denn eigentlich... Ich war doch da oben drin. Da waren noch keine mehr. Sorry. Da bin ich ganz kurz ausgetickt, weil das war echt unnötig und echt nervig und echt... Die kommen einfach immer wieder, obwohl ich da drin war. Okay. Okay. Gut. Boah, sind die nervig. Ey. Das ist nicht zu schwache Nerven. Da kann man richtig dran strugglen. Das finde ich... Das finde ich echt uncool. Das ist... Nee. Mag ich nicht. Was? Wie, welche Tür? Was will der von mir? Hä? Ich bin noch drin. Was hätte ich denn aktivieren müssen? Schön. Freut mich. Du hast es geschafft, Darwin. Du bist echt unglaublich. Die Tür ist offen. Schön. Ich bin... Ein Wunder. Ich verstehe nicht ganz... Ach, jetzt bin ich auf der Seite. Alles klar. Okay, das ist völlig benötigt. Ich verstehe. Was? Wer hat da geschossen? Hello. Da steht ja auf einmal nichts mehr an die Tür schließen. Nur weil ich jetzt den Termin... Weil die Tür jetzt hier... Okay. Wo ist der? Ja. Ne. Ich bin ja auch von Natur aus Blitzmerker. Sag mal. Was willst du denn jetzt eigentlich? Ich sollte vielmehr mit der Waffe schießen. Die macht mehr Schaden. Davon habe ich zwar weniger Munition. Aber die ist irgendwie treffsicherer. Ha 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 ha. Ciao. Bitte, bitte, bitte. Ähm. Ich bin runtergeblutzt. Das extra lebt. Das kommt mir jetzt echt ungelegen. Moment. Moment. Nach der Werbung... Warte mal. Geht's weiter. Ey. Wo ist denn jetzt dieser hässliche Dyson-Schnoppsauger? Der hat irgendwie zwei Leben, ne? Die will ich haben. Gut. 25. Schön bezahlt. Ich mag. Die ist toll. Waffen und Upgrades. Mutstransmitter. Okay. Äh. Gesundheit. Ja. Was? Gesundheit? Upgrade? Mut? Okay, gut. Ja. Komm. Einfach, weil's nicht so teuer ist. Okay. Okay. Jetzt auch noch 10. 160. Okay. Im Grunde... Im Grunde ist die Waffe doch besser. Sie macht zwar weniger Schaden. Aber ich hab halt mehr Munition. Aber ich sollte mehr... Ich sollte mehr auf der Plasma... Warte, das ist doch die Plasma-Waffe, ne? Plasma-Waffe, genau. Und Streugewehr. Ja, ist richtig. Ist richtig. Ist richtig. Weil... Damit kann ich vor allem auch nicht so spammen. Das ist, äh... An sich taktischer. Okay. So. Gut. Ich, ähm... Bin bereit, um hier mal gründlich aufzuräumen. Oh, wow. Oh, ne, nicht wieder die... Ich rutsche, weil... Weiß ich nicht. Oh, das ist echt assi. Aber ich bin dann auch assi. Das macht mir nix. Ich würd echt gern die Folge wenden. Es tut mir leid. Aber das Spiel lässt mich nicht. Ja, spritz mich halt zu. Ist okay. Das ändert nichts an meinen Schuftkünsten. Manuelle Sperrung. So gespickt. Aua. Böses Fifi. Cool. Ja, ja. Schön, dass es dir auch gut geht. Ja, gewehrt. Und jetzt renn zurück zu Juárez. Und zwar schnell. Es sei denn, du willst noch ein bisschen mit den Waffeleisen spielen. Genug der Worte, amigo. Ach, sehr fett. Entschuldigung. Schnell, Darwin. Geh zurück zum Hauptmontagezentrum. Ich weiß. Schon irgendwas Neues von Speckles? Ich bin hier im, äh, Kern, Darwin. Ich fange jetzt mit dem Virus an. Gut. Es bleibt bei unserem Plan, diesen Laden auseinanderzunehmen. Also weiter im Text. Ja, allerdings, erst beim nächsten Mal. Ich, äh, bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen. Und, äh, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bleibt dran. Tschau. Tschau. Tschau.